Willkommen in der CIA. Seit wann sind Sie hier? Zehn Minuten. Sie sind ein beschäftigter Mann. Ich verstehe, dass Sie leiten die Operation. Sie meinen, wie lange ich hier schon arbeite? Seit zwei Tagen. Was zur Hölle ist das? Die Absender drohen damit, geheime Informationen preiszugeben, sollten wir Ihnen nicht helfen. Sie sind der Anwalt. Finden Sie es heraus. Sie ziehen das durch und verschwinden. Verstanden? Owen Hendricks, CIA. Wir erhielten Ihren Brief. Hast du neue Freunde gefunden? Oder ausländische Regierungen gestürzt? Unbreakable, you following? Du weißt schon, Kugeln durchschlagen Metall, richtig? Ja! Herzlichen Glückwunsch. Die gesamten Vereinten Nationen sind hinter in Her. Ist der Sack echt nötig? Nein. Also bringen Sie die Sache in Ordnung. Koste es, was es wolle. Ernsthaft? Haben Sie jemals eine Panikattacke? Oh, ich habe ständig welche. Jedes Jahr. Aber man gewöhnt sich daran. Viel Glück. Jetzt liegt es an Ihnen. Gibt es ein Problem? Oh, so viele. Höhere Einsätze machen es schwieriger, aber im Endeffekt... ... bin ich ein Typ, dem es nichts ausmacht, auf die Nase zu fallen. Ich bin 24 Jahre alt. Ich soll ja Fehler machen. Was riskieren? Wie wär's mit einem Martinin? Wie wär's mit einem White Claw? Dieses Bedürfnis, sich ins kalte Wasser zu stürzen... ...nur um sich was zu beweisen, ist ungesund. Oder ehrgeizig. Ich bin eigentlich nur ein Anwalt. Vielleicht bin ich gut in dem, was ich tue. Sie sind ein Glückskind. Ich fasse noch eine Pina Colada? Ja.